Heyo liebe Leute und willkommen zurück zu Whisk of Rain. Im letzten Part haben wir ja mit einem Forster ziemlich abgekackt. Jetzt hast wir mal den Banditen aus. Er hat auch wieder eine komische Waffe. Aber wir schauen mal ab. Mauszecker verschwinden lassen. Und ab geht da. Der Peda. So, boah, gleich ein Shop mit Messer. Äh, da Pilz wieder. Hm? Die Pilz holen? Das war das hier. Oh ne. Okay, das ist natürlich wesentlich cooler als die Schrot. Ich würde sagen, wir müssen erstmal das Schweinchen. Ähm, Gain God over time. Bekommst du God over time? Okay. Wir bekommen Geld. Oh, ist ja cool. Gut, es ist nicht viel Liter, aber... Es ist erstmal der Anfang. Man könnte es ja erstmal mitnehmen, Junge. Man könnte erstmal mitnehmen. Es haben dann noch Bock. Dynamite. Wow. Das andere ist... ...intensivier. Okay. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das, Alter? Was ist denn das, ey? Ein Beamer oder was? Alter, das sieht doch verlässlich aus. Das Raten ist viel. Alter, das sieht ja gefährlich aus. Das sieht ja gefährlich aus. Tja, ich bin weg, wird schon mal sauer, Junge. Oh, krieg's mir ne. Ab. Okay, das krieg's mich doch, das krieg's doch, das krieg's doch, das krieg's doch. Ah ah ah. Truhe will ich haben, ich will die Truhe haben, die da hätten wir auch. Na, raf dich weg, du Fie. Ab. Wow. So, jetzt noch mal runter. Und jetzt mal die geile Truhe. Was ist das, oder? Heaven Kraken. Äh... Every four basic attacks pierced your English. Uh, jeder für die Schuss geht durch den Gegner durch. Ist ja wie bei Isaac, Piercing Shots. Natürlich krass. Ah, du kannst mich mal da, du kannst mich mal da. So, es gibt natürlich auch Items, die wir wie bei Isaac mit Space da unten benutzen können. Doch diese kriegt man relativ schwer. Aber natürlich auch ziemlich immer. Wow. War da gerade ein Kissen? Warte! Wer hat eine Kiste da hinten? Dass du die Fandan? Danke. Es ist 이제 mit deinemaufen nicht leichter ist mit dem Anbau. Was haben wir drin? Cool. Dann lass uns das mal drüber ziehen. Lass uns weiter drüber ziehen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hier! Ist doch nicht die Möglichkeit! Hast du gedacht, oder? Hast du dir wieder gedacht, so? Was ist denn mal hier los, ey? Kommen wir denn hier hin? Ist hier überhaupt was? Nein! Ok, jetzt ist alles! Jetzt ist alles! Leider fehlt ja immer der Sound in dem Spiel so ein bisschen. Gucken, vielleicht lege ich noch ein bisschen Locutmusik drauf. Wenn jetzt hier irgendein Sound hört, wow, kommt das! Dann ist das von mir! So! Go! Welcher, ob was kommt? Welcher, ob was kommt? Welcher, ob was kommt? Gokkano? Huh! Andere! What the fuck! Riesending! Alter, alter! Halt die fort, ey! Waaah! Und sich vermachen, und sich vermachen, und sich vermachen! Hör doch, jetzt schieß! Waaah! Waaah! Ah, hier geht das echt knackig! Was ist das für ein Kacke? Ich seh halt fucking ernst gerade, alter! Ich hab jetzt aber raus, das wird echt zu blöd, ja! Waaah! Waaah! Stay alive! Stay alive! Stay alive! Von hern pasó Oooh! Wacke, 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 wacke! Wacke, 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 wacke! Wacke, 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 wacke! Das ist echt fast unmöglich hier ein Typ... Meck, das ist fast unmöglich! Was ist das? Chance, Knockback, Enemies Geht mir zuschauen Alter Ich bin nicht gestorben, ich bin nicht gestorben, ich bin nicht gestorben Okay, das war's Das war's Alter Ich bin echt richtig heftig Richtig heavy 24 Charaktere Ich kann nicht mal Also wir treten da sich nicht um Sack Er kann nur diese Bomben Okay, das heißt jetzt Okay, ist wieder weg Okay, das ist eigentlich machbar Nooo Infusion, endlich Endlich, war ein gutes Item Ich hoffe, das ist ein gutes Alter, das war ja ein heftiges Vieh Das war's Alle Gegner töten, ja Boah Ist natürlich richtig nervig jetzt Ist ja jetzt richtig nervig Abgehörn Ich bin so ein Ach das war grad wirklich Boah Hohoho Hohoho Gratitoire Nicht grade einfach Das ist wirklich echt nervig Das Vieh Zack, 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 zack Und jetzt Poop, 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 poop Pup, poop, poop, poop probably Haa, knockback- ist echt Pilsens Schotze, knockback- ist geil Oh Wow Jaaaa Hoop, hüpf, hüpf, hüpf Noch 13 Alter aber schön mit der schwarze ins gesicht so hier hoch und weiter geht´s oh Gott, das sieht aus wie ein Scharfschützer hier was willst du denn, was willst du denn, was willst du denn, was willst du denn, oh nein, oh nein, die anderen sind ganz unten oh Gott, und dann runter, noch was unten Zeig dir servieren, es ist nichtndv fucking, uh, pfff Hallo, hallo, so Pardon bisschen leichten curvesneurer Twop Seattle liste Spider Hupf, hupf, hoch, hupf, hupf, hoch, hupf, hupf, hoch, ah, nochmal, hupf, hupf, hoch, und hupf, 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 rüber, ah. Oh, ich weiß mal, was im nächsten Kapitel uns erwartet. Aber mehr Todes letztes Mal. Erfahrungsmögliche. Respektlich viel. Sky Meadow. Okay. What the fuck, Alter, was ist das hier? Okay. Oh, nein. Erschuld diese Viecher, ey. Echt nervigste Gegner all war er bis jetzt. Boah, Gott, es kommt ja nur sowas hier, oder wie? Wo sind wir denn? So, lieber Starbound. Und... Pa, 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 pa. Einiges im Spiel eine Mischung mit Starbound und... Isaac. Was denn das? Oh, okay. Ich hoffe, ich anzufassen. Geh weg. Touch mich nicht an. Touch mich nicht an. Da oben will ich hoch. Oh. Gerade so, ey. Wo, 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 wir hatten Schild, hatten Schild, hatten Schild, hatten Schild, hatten Schild, hatten Schild, hatten Schild. Boah. Warte mal, ging doch gut. Aber die Gelben dürfen wir nicht rankommen lassen. Die Gelben dürfen wir nicht rankommen lassen. Ah, da ist ein Kiste. Hm, super. Er kriegt kaum Items. Mann, so eine Kackgegner. What the fuck, was ist das? Also sieht er aus wie damals bei PS3, das Spiel Haze. Die Viecher. Wer doch vielleicht alles noch kennt. Kann man unter PS3 damals raus. Oh Gott. Okay, die sind extrem hohen Nachback. Hab. Es sollte relativ einfach werden, der Gegner. 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 Es muss relativ einfach werden. Ja, es macht noch. Es macht noch gut. Ah, tatsch mich nicht an, Alter. Tatsch mich nicht an, ja. Tatsch mit allen, Junge. Waaaaaa, lass mich drauf, was. Nein, geh weg, geh weg. Oh, ist denn das noch eine Kiste? Saut rein! Okay, ja. Heimings bei jedem Hit. kann man machen das gute ist man findet viele items auch doppelt also wenn ich jetzt noch mal diesen self pack kriege zählt auch doppelt also dann ist die heilung was willst du denn was willst du denn die hat schon da ich nie rüber. Nope. Nicht vergessen. Nicht vergessen, krieg ich das. Komm ich vielleicht hier lang? Äh, könnte aber bitte sterben. Das wär sehr, sehr nett. Das hat nicht eingefallen aber. Das hat nicht eingefallen. So. Kommen wir hier lang hin? Jaaa, sehr cool. Da kann ich hüpfen. Das ist blöd. Oh Gott, hier hat der viel aus. So. Komm es mal zu sind zu. Wunderschönen Mittwochmorgen. 35 Grad im Schatten so ungefähr. So. Ah, das hat so. Oh, sehr gut ein Jetpack. Wir können höher springen. Ah, was soll ich mir denn? 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 Falle verlassen wir das hier. Äh. Ah. Oh, das wollte ich mir das nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß 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 nicht. Ach, ich kriege Leben, wenn die mich jedes Mal hätten, nicht wenn ich die hätte. Ah, ich verstehe. BAP! Ja, komm da nicht rüber oder was her. Da kann man aber, das hört's nicht drauf, man kann nicht das im Loch. Dann hüpfen wir auch mal drüber runterfallen. Das war ja blöd. Aktivieren, jetzt. Sollen sie mal kommen? Tschüss. Okay. Okay, was für ein Bass ist das? Kenn ich den Bass? Kenn ich den Bass? Ich glaube, jetzt kenn ich ihn nicht. Oh, kacke. Keine Ahnung, wo der was ist. Ist der Bass? Oh, wie ist schon keiner bei mir. Okay, das ist der Bass. Ich dachte gerade, das ist ein Bass. Oh, ne, das ist eine große. Die große kann ich's. Wo ist denn unser Bass hier hin? Hallo? Wenn, wenn nicht gechained. Okay. Puff. Oh, ist relativ einfach nicht so schön bleiben. Kriegen wir auch guten Heal, wenn wir Schaden bekommen und wenn wir Dignos hätten. Gut machbar. Okay, das bleibt gerade nicht, aber sonst ist gut machbar. Gut. Guck, wenn ich die Kappe immer mache. Jetzt hör auf. Gott, Willi Waldjau. Jetzt stopp! Okay, das war jetzt hier ein bisschen nervig. Okay, darf mich allein fassen und bin ich tot. Ich weiß aber noch keine Ahnung wo der Buss sein könnte. Ich weiß aber ob er Buss ist. Okay, diese Typen haben uns jetzt richtig in sich. Ich weiß, keine Ahnung, ich hab keine Ahnung ob ich die jetzt töten soll so schnell. So, kill alle Leute. Ich muss alle Leute töten, yo. Yolo mal ein Dolo, ey, was ich sagen. So, okay. Das ist nicht. Meine Fresse. Jetzt sterbt doch eins. Halt, irgendwo in der Richtung. Wir müssen ja hier hin. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Lasst mich in Ruhe sterben. Lass mich einfach in Ruhe sterben. In Ruhe sterben, das ist nicht in Ruhe. LOL! Echt jetzt! Anders wird's euch gefallen. Ist das die ganze Zeit zu machen, dann kriege ich's alle tot, ohne dass die mich töten. Wow! Jetzt wird's noch mal. Immer nur einer. Noch einer, bitte! Es kann wirklich noch einer kommen von euch! Ob ist das bei allen Ländern? Ich weiß nicht, dass Schwierigkeitsgrad war, aber die Gegner natürlich auch. Alle stärker! Na, ich glaub keinen Bock drauf. Hey, wo hab ich den Boss gar nicht gesehen? Was ist denn der Boss hier? Kommt! Noch zu Gegner! Äh, na! Gleich nach den Fingertypen, ja! Kommt! 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 Lass! 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 Warte, das sieht jetzt schon mal nicht an, ja! Warte, klumpen, Kumpel! Äh, mach, verdammt! Krieg mal die verkackten Tasten! Nee, ich hab's recht nicht raus, das Spiel! Entschuldigung, jetzt dieser Gegner nicht mehr werden! So, dann würde ich mal sagen, auf... Zum Boss da la Boss! Zum Boss der Boss! Den... Ich glaub den kenn ich, das ist ein riesengroßer Geist! Ich glaub zumindest den mal gesehen zu haben... Wupp! Ja, da ist er doch! Ja, komm! Ja, du, Alter! What the hell! What the hell! Echt? Hahaha! Du weißt nichts aber was, Alter! Ja, lass mich bitte in Ruhe! Okay! Rüber, 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 rüber! Und jetzt, feuer! Ja, ist ja schön, dass wir schießen, aber mal nur Schaden machen, ist das natürlich trotzdem! Geige! Schöne, bleib auf, stehen, bleib auf, stehen! Kann uns nix, da kann uns nix, da kann uns nix, da kann uns nix! Jaaaa! Oh, da geht... Ukulele! Und die Musik war elektrisch! What? Äh, das geht mit so Ukulele! Was, mit so Ukulele? Was, mit so Ukulele? Was, mit so Ukulele? Was, mit so Ukulele? Ah, irgendwie mache ich Elektrischaden! Witzschaden! Hier im Schiss! Irgendwie... Skaliert das, dass die Elektrischaden kriegen? Okay! Hm, verdammt! Jetzt möchte ich euch den ganzen Weg laufen! Wir sind so langsam! Wir sind so langsam! So, 1.297 Münzen! Oh, ich kann mir zu viel kaufen, Mensch! Und rein! So! Nächstes Level! Wir sind schon auf Medium! Well, ein Frozen-Turt! What the hell! Ist das hier ein Mega-Portal, oder wie? Na, kann er nicht benutzen! Ey, ist ja cool! Ich weiß, was da geht hier! Hahaha! What the... Echt jetzt! Echt jetzt! Echt jetzt! Pop! Pop! Blump! Bump! Chieße dich jetzt ab! Bumle, 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 bumle. Schieße dich jetzt ab! So, dein Messerweg, Alter! Wollt ihr mal so sagen! Das ist nicht ganz einfach hier aus der Skade! Vereintes Ziel haben! jetzt schläft aber menschen himmel herkut geschossen gegner mit missl was darüber hüpfen das ist kein weg das ist ein weg schau mal hier für 200 teilen erscheint noch nicht viel aber noch nicht wenn sie noch nicht kaufen können das wird eng das wird richtig richtig eigentlich da müssen wir erst mal heilen das trägt ja gar nichts da um jetzt rein zu wenn wir einfach der trifft uns die 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 Keine Chance gegen die Typen. Nope. Nope. Keine Chance. Kannste knicken, kannste knicken, kannste knicken, kannste falten, kannste falten. Ja, wir haben leider nichts. Was soll ich denn werden? Unlocked. Mit Jax 150 Hertz. Okay. Boah. Heiliger Kumus Kumus Toast. Ist er echt heftig. Woa. Aaaah. Puhuh. La da da da, la da da da. La da 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 da. Äh, kannst du weiter weg gehen von mir? Ich mag das nicht, wenn du mit anfassen. Oh ne, nicht schon wieder so viel, ey. Alter, echt jetzt. Wir brauchen von Anfang an richtig attacken, wir haben nix, ey. Wir haben nix von Warn. ich möchte ich nicht kurz konzentrieren komische stier mit dem anzulegen was ist drin ich würde mal sagen die stiere also ah ja die können sich dort was sind das für stiere was ist 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 das für stiere nehmen also nein ich glaube ein bisschen da lang so meine post töten ein wirst können wir das gutes heute gegen gleich jordkosten soll eben aufgefüllt sind dann rennen wir wollen weil ihr könnt natürlich auch unsichtbar machen hochgehen gehen dann einfach schießen wie beklebt die machen wir jetzt weil wir sind tot aber dann gut das war natürlich wieder richtig fehl wir haben was freigeschalten also das item kommt nun immer und von den stück getötet waren bandit diese punkte haben wir gut im nächsten part sehen wir uns dann wieder von whisk of rain zum spiel oder eigentlich wenn haben wir dann als nächstes mit handwärts klingt interessant bin mal gespannt also bis zum nächsten mal